Mainz 05 trifft mit neuem Trainer auf die TSG Hoffenheim. Das Team, das das Aus von Achim Bayer Lorz als Trainer an Köln besiegelte. Gleicher hat jetzt in Mainz angeheuert. Darüber grübeln, ob mit Hector oder Verstrate im Mittelfeld gespielt wird, muss Bayer Lorz da nun nicht mehr. Er, wen stelle ich aus dem großen Pool an Mittelfeldspielern in Mainz auf? Während die vier Abwehrspieler hinten relativ sicher gesetzt sein sollten, auch unter Bayer Lorz, muss dieser sein Mittelfeld erst einmal finden. Wir können hier also keine genaue Prognose abgeben und setzen erst einmal auf Fernandes, Kunde und Kapitän Latza. Mit Maxim, Baku und Ostonali stehen drei weitere Mittelfeldspieler zur Auswahl. Im Offensivbereich ähnliches Spiel. Hier gehen wir zunächst mit Unisivo, Quaisson und Boezius mit der Alternative Soloi. Wir hoffen, hier durch die Pressekonferenz Gewissheit über die ein oder andere Position zu bekommen, dann wird es am Freitag in jedem Fall noch zu Änderungen kommen. Also schaut auf jeden Fall nochmal vorbei.